Letztens wurde ich gefragt, wie man Cream Blushes aufträgt, ohne dass die fleckig aussehen. Ich trage sie zum Beispiel ohne eine Foundation oder natürlich auch mit einer Foundation zusammen. Ich bin absolut begeistert von diesen Gelee-artigen Blushes von Milk Make-Up. Für mich ist wichtig, dass sie nicht im Laufe des Tages nachfetten. Mein Tipp an euch, nehmt einen synthetischen Pinsel und nehmt eine ganz kleine Menge aus der Dose heraus und ihr seht die Fläche, auf der ich dieses Produkt auftrage. Nämlich nur bis zum Ende der Augenbraue. Ihr verblendet so lange, bis man keine scharfen Kanten mehr sieht. Wer von euch total mutig ist, kann natürlich direkt aus der Dose auftragen und dann mit dem Pinsel genau gleich verblenden. Wie man sieht, ist aus der Dose direkt natürlich kräftiger. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Alle anderen Produkte trage ich nach dem Rouge auf. Sowohl den Bronzer als auch mein Puder. Denn wenn ihr das Cream Blush auf euer Puder Produkt auftragt, wird es schwieriger zu verblenden sein. Wenn ihr aber immer noch Flecke habt, dann nehmt ruhig euren Pinsel mit der Foundation drauf und geht über alle Flecke, die noch geblieben sind.